Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 14. Juni. Heute haben wir dabei die UEFA, Spotify, Twitter und zweimal Tesla. Beginnen tun wir mit der UEFA. Die haben jetzt eine Streaming-Plattform angekündigt. Tja, man denkt, man hat schon eigentlich genug Streaming-Plattformen und dann kommt die UEFA und man denkt, noch einer, der Kohle will. Aber nee, die wollen kein Geld. Das Ganze wird frei sein. Das soll einen besseren Zugang zu live, aber auch on-demand Video beinhalten. Sprich, da wird wohl dann on-demand Geld reinkommen, dass man sagt, wenn ihr das Champions League Final gucken wollt auf UEFA.tv, dann müsst ihr halt dafür bezahlen. Aber ansonsten ist es erstmal frei. Es soll Inhalte aus 60 Jahren europäischem Fußball beinhalten und es wird sogar die deutsche Fußball-Bundesliga als Startpartner dabei sein. Und man wird nach dem Spieltag da die Highlights gucken können. Was schön ist für die Bundesliga auch in der Vermarktung innerhalb der anderen europäischen Märkte. Das Ganze ist dann im Internet unter, wie gesagt, UEFA.tv abrufbar. Aber es soll wohl auch Apps für iOS und Android geben. Apps für iOS und Android gibt es ja auf jeden Fall für Spotify. Und da ist jetzt am Design geschraubt worden und die Mediathek sieht jetzt anders aus. Und ja, es sind kleine Änderungen bei der Musik, würde ich mal so sagen. Aber größere bei den Podcasts, die sehen jetzt anders aus. Und man kann sie in drei verschiedenen Bereichen verwalten. Und zwar in Episoden, Downloads und Shows. Nächstes Thema, Twitter. Die haben jetzt einen Transparenz-Report veröffentlicht. Und darin sieht man, dass die fast 4.800 Accounts gesperrt haben, die mit dem iranischen Government in Beziehung stehen. Also die, die positive Sachen darüber regelmäßig getweetet haben. Ja, könnt ihr euch mal durchgucken. Ist ganz interessant. Man erfährt zum Beispiel auch, dass 4, also wirklich in Worten 4 Accounts gesperrt wurden. Wo man Verdacht hatte, dass die zu Russlands Internet Research Agency gehören. Oder 130 Fake Accounts, die mit dem Unabhängigkeits-Movement in Katalonien, in Spanien zu tun haben. Ja, also schöne Sache, dass sie es auch Transparenz machen und einfach interessant da mal drin rumzustöbern. Ja, die letzten beiden Themen für heute sind zwei Tesla-Themen. Elon Musk hat jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel Fallout Shelter auch für die Teslas kommen wird. Also für die Tesla-Displays natürlich in den Autos. Elon selber ist ein großer Fan der Fallout-Serie und hat gesagt, das Spiel entsprechend soll auch kommen. Und der Todd Howard, seines Zeichens der Director of Bethesda's Games, ich kann es nicht aussprechen, Bethesda's Games, also die Macher von Fallout, der hat es jetzt auch bestätigt. Das andere Tesla-Thema ist es einfacher für mich zu lesen. Tesla oder auch wieder Elon Musk hat gesagt, dass YouTube auf die Displays kommen wird demnächst. Ja, das ist jetzt nicht so eine ganz neue Nachricht, denn bereits letzten August hat er in der Q&A gesagt, dass Third-Party-Videostreaming-Angebote ab Version 10 der Software für die Displays, für die Autos vorhanden sein werden. Und ja, zur Zeit sind wir auf Version 9.0. Also ein Versionssprung und dann wird es halt auch YouTube und eventuell auch Co., also andere Video-Streaming-Dienste für die Teslas geben. Klingt erstmal ein bisschen komisch, weil ja, YouTube ist ja, also Video ist ja sehr aufmerksamkeitsbenötigend und Autofahren sollte man sich eher aufs Autofahren konzentrieren. Aber andererseits ist ein schönes Beispiel im Artikel von TechCrunch auch, ganz viele Menschen nutzen ja auch ihr Smartphone für die Navigation und theoretisch können sie auch da auf YouTube gucken. Also da setzt man drauf, dass die Fahrer einfach selbstverantwortlich handeln. Joa, und das war es auch für heute. Ich wünsche euch noch einen tollen, großartigen Freitag und ein noch besseres Wochenende. Bleibt positiv und ab Montag ist der Martin wieder für euch da. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.